. . . . . . . Hast du recht, wer in mein Büro kommt? Ich glaube, es wird ein Server-Room. Ah. Alles Gute zur Pensionierung. Wow! Eine Kreuzfahrt. Ja. Wäre super! . Guten Morgen. Hm. Alles. Der Spiesswagen ist mit dem Zeh hinten. Ah. Ich habe gerade mal gearbeitet. Ah, ja. Auf dieser Reise hätten wir uns wieder ein bisschen näher kommen. Wir sind doch nahe. Die ganze Zeit sind wir nahe. Wir sind ein bisschen schlecht. Peter? Du redest schon mehr mit Heinz als mit mir. Äh, bleibst du noch? Ich bin erst 65, ich bin noch nicht 90. Gute Nacht. Du kriegst mich nur mehr Sätze. Du brauchst alles. We have to turn the ship. Calm down. I do not calm down. Reisen. Meine Leute lernen kennen. Ich will noch ein bisschen mehr von meinem Leben. Das wäre ein... ...del-Drama-Modage. C'est comme ça, les relations. Wir sind 42 Jahre alt. Das gehst du jetzt nur einfach hoch. Du bist doch amteuer. Und überhaupt, wenn die pensioniert sind, sind die irgendwie so kaka! Alt werden ist halt nix für fein. Das war mir nicht. Das war mir nicht. Du bist ja immer ganz klar. Ihr wart ihr nicht. ORDING-Modage. Leicht. Ich bin fast. Du bist ja nur das. Ich bin fast.